So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was gefunden bei MeinMMO, ne, und zwar 16 Begriffe, die nur echte Pokémon GO Trainer verstehen, kennt ihr alle. Finde ich immer interessant, wenn die solche lustigen Artikel machen, ne, da hat man immer was zum Rätseln oder irgendwelche Vergleiche oder sonst was. Heute ist es halt sozusagen wieder ein kleiner, ein kleines Quiz. Ich kann den Link auch mal unten in die Beschreibung mit rein prügeln. Dann könnt ihr theoretisch das Video pausieren und könnt einfach selbst den Test machen und gucken, wie gut ihr abschneidet. Dann könnt ihr mal vergleichen oder ihr guckt einfach nur und ratet direkt mit, wenn ich rate und schaut, ob ihr es richtig habt oder nicht. Die erste Frage ist nämlich, was bedeutet EP? Enton-Punkte. Schon in der Anime-Serie hatte Enton viele Fans. In Pokémon GO sammelt ihr für die Ende besondere Punkte. Ist natürlich Quatsch. Ergebnispunkte. Nach einem Trainerkampf erhaltet ihr Ergebnispunkte, die zeigen, wie großartig ihr gekämpft habt. Auch Quatsch. Also bleibt ja nur noch Erfahrungspunkte. Das sind Punkte, die ihr für verschiedene Aktionen im Spiel erhaltet, um im Level zu steigen. Nehmen wir das mal. Ist korrekt, ne. Sehr schön. Und wir gehen gleich mal auf Continue. Ich habe übrigens die Kamera heute anders hingestellt, weil jedes Mal der Hintergrund so extrem blendet tagsüber. Deswegen seht ihr jetzt meinen schwarzen, gammeligen Bart. Was bedeutet EV? Eine Abkürzung für den vierten Kämpfer in eurem Team. EV gleich römisch 4. Individual Values. Eine Zusammenfassung der Werte eines einzelnen Pokémon. Kampf, Verteidigung, KP. Infinite Values. Das bedeutet in Pokémon GO, dass man die WP vom Pokémon mit Power-Ups unendlich steigern kann. Unendlich geht ja nicht. Ihr könnt ja nur bis Level 40 steigen die WP, beziehungsweise Level 39. Euer Level 38. Euer Level 38 und dann ist das Pokémon trotzdem Level 40 und so weiter. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn mal eine Levelerweiterung kommt und der Trainerlevel kann Level 50 sein. Ob das Pokémon dann automatisch auch stärker ist. Oder ob man dann nochmal pushen muss. Weil man gibt ja jetzt schon unendlich viel aus. Aber hier passt natürlich nur die zweite Antwort. Individual Values. Ich habe den Begriff zwar noch nie ausgeschrieben gesehen, aber durch die Erklärung mit der Zusammenfassung der einzelnen Werte, Kampff, Verteidigung, KP. Ist das eigentlich kein Problem. Was sind Spoofer? Da muss ich weg. So nennt man Betrüger in Pokémon GO, die dem Spiel einen falschen GPS-Ort vortäuschen. So nennt man Trainer, die auf zwei Accounts gleichzeitig spielen. Das sind Spieler, die durch Hacks im Pokémon GO unendlich viel Gold im Shop haben. Was wird wohl das Schlimmste sein an der ganzen Sache? Die Leute, die mit zwei Accounts gleichzeitig spielen. Was ja schon fast jeder macht. Der Trend geht ja hin zum dritt, viert, fünft Account. Selbst Hong ist mit Offizier rumgerannt und hat seinen zweiten Account immer präsentiert und mit zwei Handys dann die Raids gemacht. Das sind Spieler, die durch Hacks unendlich viel Gold im Shop haben. Eigentlich ist das ja unfair, weil die können sich ja direkt Vorteile kaufen. Ein Hack, der dir unendlich viel Gold bringt. Dann kannst du 24 Stunden mit dem Glücksei rumrennen. Dann kannst du unendlich viele Raids machen. Dann kannst du, ja gut, eigentlich nur deine Erfahrungspunkte pushen dadurch, wenn du unendlich viel Gold hast. Dadurch hebst du dich von anderen Spielern ab. Die Spoofer, die reinen Spoofer, selbst wenn die am Tag 100 Raids machen irgendwo, cachen die ja trotzdem selber rein. Bescheren Umsatz für Niantic. Halten die App am Laufen. Halten das Spiel am Laufen. Beleben die Wirtschaft. Und wenn die so verrückt sind, dass sie am ersten Tag gleich sagen, gut, wir machen jetzt hier 100 Raids. Fertig, braucht es 100er. Habt ihr ja keinen Nachteil dadurch. Trotzdem sind Spoofer natürlich die Leute, die im Spiel einen falschen GPS-Ort vortäuschen. Leider ist Pokémon Go ja nicht so fair, dass überall die gleichen Bedingungen herrschen. Dann soll man selber dafür sorgen. Aber es ist halt immer wieder dieser Unterschied da zwischen Leuten, die in der Großstadt leben und 50 Arenen im Umkreis von 10 Metern haben. Und dann gibt es die Dorfspieler, die gar keine haben. Die anderen, die gehen durch die Decke, die nutzen jedes Event, die rasten richtig aus und der Dorfspieler verzweifelt komplett. Weil es ist einfach nichts da und so macht das auch keinen Spaß. Durch Spoofen hätte der Dorfspieler auch die Möglichkeit, an belebten Orten zu spielen und Spaß zu haben, sich wirklich zu entfalten. Deswegen, eigentlich schafft das Spoofen ja nur Gleichheit unter den Spielern, dass die einen nicht durch ihren Wohnort bevorzugt werden und die anderen benachteiligt, sondern dass alle das gleiche Spielerlebnis haben könnten. Theoretisch, wenn es legal wäre und jeder Spoofen könnte, könnte jeder ja sich selbst aussuchen, wo er spielt und immer was finden. Deswegen finde ich Spoofen an sich nicht schlimm. Ich verstehe nicht, warum das so, ja, böse dargestellt wird immer. Es gibt Leute, die hauen euch ständig aus Arenen raus, indem sie Spoofen. Aber genauso, wenn sie nicht Spoofen würden, würden solche Leute ja euch ständig aus den Arenen raushauen, weil es halt ein Spiel ist und die dürfen das und weil sie es auf die Arena abgesehen haben. Aber mal ehrlich, warum sollte ein Spoofer, der überall auf der Welt sein kann, nur vor eurer Haustür euch rausschmeißen? Ist das dann wirklich ein Spoofer oder ist das einfach nur euer Nachbar? Denkt mal drüber nach. Wir nehmen also das Erste. Man hätte auch sagen können, Spoofer sind die Leute, die beim Raid aushelfen, wenn mal wieder in der Legit-Gruppe nicht genügend Spieler zusammengekommen sind und bevor fünf Leute auf ihren Pässen sitzen bleiben, hilft der Spoofer aus der Ferne aus, damit der Raid stattfindet, damit alle ihr Pokémon bekommen und ist damit der wahre Held. Was bedeutet Shiny? Die schillernde Version eines Pokémon meist durch deutlich, äh, ha, deutlich. Durch deutliche Farbunterschiede zu erkennen. Oder die schillernde Version, die kaum einen Unterschied zur normalen Version hat. Das wäre hier die bessere Alternative. Ein besonders glänzender Pokéball, der legendäre Pokémon mit maximal zwei Würfen fängt. Eine Arena, die noch kein Team besitzt hat. Die Profis sagen zum farblosen Ort, Shiny. Ist natürlich die Eins, das schillernde Pokémon, ne? Manchmal sind die Unterschiede da, manchmal auch nicht, also... Gibt schon coole Farben, gibt aber auch Mist. Was ist ein Legacy-Move? Eine Attacke, die inzwischen aus Pokémon Go entfernt wurde. Aber noch von Pokémon ausgeführt werden kann, die sie vor der Entfernung lernten. Oder mittlerweile mit einer Top, mit einer Elite-TM, äh, wieder erlernen können. Ein Legacy-Move ist eine Ladattacke, die zwei Balken auflädt und damit schnell einsetzbar ist. Nein. Als Legacy-Move beschreibt man die Angriffe, die nur Raid-Pokémon ausführen können. Nach dem Fang verlernen sie sie wieder. Ist auch Quatsch. Natürlich das Erste. Jetzt sind wir auch schon bei 31%. Was sind Buddy-Pokémon? Das sind spezielle Pokémon, die ihr in Raids nur zusammen mit eurem besten Freund fangen könnt. Das sind spezielle Pokémon, die Trainer auswählen können, um sie auf ihren Abenteuern zu begleiten. Klingt schon besser. Das sind spezielle Pokémon, die im Kampf zweimal besiegt werden müssen. Die Macht eurer Freundschaft schenkt ihnen ein zweites Leben. Ja, wir nehmen einfach mal die zwei und alles ist gut. Wir sind ja nicht bei der Wiederauferstehung. Was heißt Unratütox? Ja gut, es ist ein Pokémon, aber vielleicht steckt ja wirklich was hinter dem Namen. So bezeichnen Trainer Gegenstände, die so wertlos sind, dass sie sie gar nicht im Inventar haben wollen. Ich schmeiße Unratütox immer weg. Also manche verschicken Unratütox immer, aber sind auf jeden Fall keine Gegenstände. Abkürzungen für eine Tüte voll Unrat. Wenn man bei einem Community Day nur schlechte Pokémon bekommt, die man alle gleichzeitig wieder verschickt. Nee, ein Unratütox ist ein Pokémon aus der fünften Generation. Ich möchte ein Unratütox fangen. Sicher. Vielleicht möchte ich aber auch eins verschicken. Ist natürlich das Pokémon, es hätte ja sein können, dass dort steht, das ist ein Pokémon aus der fünften Generation und bedeutet eine Tüte voll Unrat, weil das Pokémon aus Müll besteht und wäre auch gegangen. Aber ist natürlich das Letzte, ist einfach nur der Pokémon-Name, hat keine Bedeutung. Wofür steht der Begriff APK? Jetzt kommt's. Lese ich so oft, aber nie die Bedeutung. APK ist ein Android-Package-Kit. Nutzt man zum Installieren von Apps auf Android-Geräten? Ja, das hat schon mal Sinn. APK bedeutet, alle Pokémon kämpfen. Trainer können also nicht noch mehr in den Kampf schicken. Wie kämpfen denn alle Pokémon gleichzeitig? Bruder, was ist da los? Das ist doch unfair. Das ist ja wie wenn zehn Polizisten auf eine Reporterin gehen. Hab ich eben wieder gesehen. APK ist ein Überbegriff, mit dem man alle IV-Rechner auf Android-Geräten bezeichnet. Dann ist es ja ganz einfach. Dann ist es die Eins, das Android-Package-Kit. Für was steht TM? Technische Maschine, ne? Technische Maschine, ein Item, mit dem Pokémon andere Attacken erlernen können. Team Misty, Spieler in Pokémon Go, die nur auf Wasser-Pokémon setzen. Tanz-Move, Attacken, die an Tanzschritte erinnern. Ist natürlich die Eins, dürfte eigentlich auch jeder wissen. Was ist ein Lucky-Pokémon? Ein Monster, das man erst mit dem allerletzten Ball fing und dadurch nochmal besonders viel Glück hatte. Boah, da hättest du aber viele Lucky-Pokémon, vor allem viele Lucky-Legendäre aus jedem zweiten Raid gefischt. Ein Pokémon, das in PvP-Kämpfen noch nie verloren hat. Es ist ein wahrer Glückspilz. Dann bleibt dir nur noch das Letzte übrig. Ein Pokémon, das durch einen Tausch mit einem Glücksfreund zum Glücks-Pokémon wurde. Vor allem, was ist, im Endeffekt, was ist ein Lucky-Pokémon? Ein Pokémon, was zum Glücks-Pokémon wurde. Man übersetzt den Begriff einfach nur und hat schon die Erklärung. Was bedeutet Krypto? Wenn man Ikognito in Pokémon Go fängt, sind sie wie auf dem Gameboy verpixelt. Man sieht sie als Krypto-Ikognito. Wenn ein Pokémon einen unaussprechlichen Namen hat, kürzt man es mit Krypto ab. Gilt für mehrere Spezies. Neißen ja alle gleich. Als Krypto-Pokémon bezeichnet man die Monster, die von Team-Go-Rocket zurückgelassen werden, äh, wurden. Das auf jeden Fall. Muss man ja erlösen. Was bedeutet Stab? Same-Type-Attack-Bonus. Ja, taucht das hier auf? Ein länglicher Gegenstand, den Trainer an Pokestops finden und aufsammeln können. Hilft im Kampf gegen Team-Go-Rocket-Bosse oder gegen andere Trainer in der Nähe. Ich steppe dich, du. Stark und abnormal. Als Abkürzung für Krypto-Pokémon, die ganz besondere Werte haben. Ein Bonus, der aktiv wird, wenn ein Pokémon eine Attacke beherrscht, die dem Typen des Pokémon entspricht. Das ist auf jeden Fall die Bedeutung. Und ausgeschrieben halt Same-Type-Attack-Bonus oder Attacker-Bonus. Also, Attacke vom selben Typ wie das Pokémon. 75 Prozent, wofür steht 4 Sternchen? Mit 4 Sternchen sortiert man auf der Übersichtskarte die Arenen, in denen gerade Raids der Stufe 4 laufen. Nein? Ein Suchbegriff für eure Pokémon-Sammlung, um nur die Monster anzuzeigen, die perfekte Werte besitzen. Ja, 4 Sterne leuchten neben Shiny-Pokémon in der Sammlung als Kennzeichnung, dass sie schillernd sind. Und das sind Sternchen da, aber ich glaube, das sind nur 3. Und wir wissen natürlich, dass es die Suchbegriffe gab. Das neue Bewertungssystem wurde ja irgendwann eingeführt. Dann gab es auch die Suchbegriffe, dass ihr halt wirklich, wenn ihr 4 Sternchen eingebt, nur 100%ige angezeigt bekommt. Und 3 Sternchen macht immerhin noch von 60 bis 82%. Nee, ab 82. 82 bis 98 müsste dann ja. Also alle, die den besten Satz haben, glaube ich. Dann kommt irgendwas mit 50 bis 82 und dann 0 bis 50. Ich weiß es nicht. Gibt es eigentlich einen für nichts? 0 Sternchen? Gibt es nicht, oder? Können mich ja korrigieren, wenn jetzt auf jeden Fall die 4 steht natürlich für die 100. So, perfekte Werte. Was bedeutet die Abkürzung DPS? Damage per Second. Ist natürlich lustig. Wenn man jetzt liest, Schaden pro Sekunde. Hä, das fängt mit D an, das ist es nicht. Ditto pro Stunde passt schon eher, ist ja wenigstens DPS. Schaden pro Raid-Kampf passt auch nicht. Also muss es ja Ditto pro Stunde sein. Weil das das einzigste ist, wo DPS wirklich drin vorkommt. Das ist aber natürlich Damage per Second, weil es vom Englischen kommt. Also der Schaden, der pro Sekunde verursacht wird. Was? Alter. Was ist TDO? Da muss ich gleich sagen, habe ich noch nie gehört. Der Zustand, wenn ein ganzes Team besiegt wurde. Der komplette Schaden, den ein Pokémon verursacht, bevor es in einem Kampf stirbt. Eine To-Do-Liste, die Trainer während Events abarbeiten. Toll. Hä? Während Events, ne? Es gibt ja keine offizielle To-Do-Liste, die man abarbeitet. Also müsste es ja... Das erste ist bestimmt auch Quatsch. Und das zweite, für was kann es denn stehen? TDO Total Damage? Over? Dings? Ich weiß nicht, wie es ausgeschrieben ist, aber es ist bestimmt der komplette Schaden, den ein Pokémon verursacht, bevor es im Kampf stirbt. Den totalen Schaden, den es verursacht hat. Genau. Total Damage. Aber oh, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe den Begriff noch nie gehört. Ich habe noch nie TDO gelesen, aber... Ist auf jeden Fall richtig. Sehr schön. Schade, dass das jetzt nicht unten nochmal klein erklärt ist, was genau TDO heißt, aber... So, noch eine Frage oder zwei. Was ist ein Tank? Ein Pokémon, das besonders viel Schaden austeilt. Ein Pokémon, das besonders viel Schaden einsteckt. Ein Pokémon, das gut einteilen und gleichzeitig gut austeilen kann. Ist natürlich, was viel einsteckt. So wie... Relaxo, Hytera, solche Sachen. Oh, ich bin auf jeden Fall fertig. Pokémon Go, Begriffe Quiz. You got 16 out of 16. Teile deine Ergebnisse. Drücken wir mal auf Twitter. Twittern, Bruder. E-Mail überprüfen. Ja, das stimmt. Sieht aber hässlich aus. Ich drücke trotzdem auf Twitter. So, reicht. Ich poste zwar eigentlich nie was auf Twitter, aber... Interessiert bestimmt auch jetzt niemanden mehr. Fertig, Twitter. Der Twitter-Post ist raus. Wie gesagt, wenn... Ja gut, ist Quatsch jetzt zu sagen, wenn ihr das auch mal machen wollt. Hier ist der Link, ne? Jetzt ist es ja schon zu spät. Also am besten, ihr habt mitgeraten und geguckt, ob ihr das geschafft habt und... Ja, jetzt den Be... Ihr habt einfach im Video mitgeraten. Ich verzichte mal auf das Markieren unten drunter. Ihr wisst ja selber, dass das von der Mein-MMO-Seite ist. Steht ja hier, alternativ könnt ihr auf Mein-MMO gehen und euch einfach mal alle anderen Artikel durchgucken, die da immer so ankommen, die man so, äh, sich durchlesen kann, die die immer da rum posten. Das war's also jetzt von meiner Seite aus. Finde ich eigentlich ganz cool, ne? 16 von 16. Eigentlich war alles leicht. Nur bei der einen musste ich kurz überlegen, weil ich das, wie gesagt, noch nie gehört habe. Alles andere ging. Wie viel habt ihr erreicht? Habt ihr auch alles gewusst, ne? Kennt ihr TDO? Und was heißt TDO ausgeschrieben? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramse. Jesus.